Die Welt verändert sich unglaublich schnell. Völlig neue Strukturen entwickeln sich. Ganz neue Systeme entstehen. Und alles hängt zusammen. Aber was schafft neue und sichere Verbindungen? Die Verbindung zwischen Wind und Wäsche? Normen. Normen verbinden. Zum Beispiel das Smart Grid. Sie helfen, dass Energie sicher fließt und intelligent verteilt wird. Und saubere Windenergie von der Küste sorgt so im Süden Deutschlands für saubere Wäsche. Die Verbindung von Umwelt und Mobilität? Normen. Sie laden das Thema E-Mobility positiv auf. Neue Fortbewegungskonzepte werden unsere Städte verändern. Unsere Umwelt, unsere Wirtschaft und unser Denken. Die Verbindung zwischen Mensch und Maschine? Normen. Industrie 4.0. Dynamisch agieren, kurzfristig reagieren, individuell produzieren. So schaffen Mensch und Maschine gemeinsam die Innovationen von morgen. Die Verbindung von Freiheit und Gesundheit? Normen. Sie geben sogar den Menschen Sicherheit, die das Abenteuer suchen. Denn wenn Hilfe aus der Ferne nötig wird, sind Normen nicht weit. Mit Standards, ohne die Telemedizin einfach nicht denkbar wäre. Normen verbinden. Die Verbindung von Jung und Alt? Normen. Ohne Normen kein Smart Home. Ohne Normen kein AAL. Intelligente Systemvernetzung für mehr Lebens- und Wohnqualität. Mehr Sicherheit. Effizientere Nutzung von Energie. Normen helfen von Anfang an, Standards für morgen zu setzen. Normen verbinden. Normen verbinden. Die Verbindung von alten und neuen Märkten. Die Verbindung von Wirtschaft und Forschung. Die Verbindung von Gegenwart und Zukunft. DKE. Unsere Normen verbinden. Herzlich willkommen zur DKE-Tagung 2014. DKE. 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 Vielen Dank.